Ich finde es aber echt toll, dass wir auf der Battle Hour nicht das neue DLC angekündigt haben. Wir sehen doch was. Bis dahin werden die ja jetzt wohl nicht warten, oder? Ich finde die Moose von Yawa war echt cool. Seht ihr das auch? Ja. Ich vergesse das über Passage spielen und tücht sich das auch. Ist das gemein. Ich weiß. Ich weiß.